Pause beendet. Weiter geht's. Ein Paladin. Ich werde es rein testen wie heute immer. Ich hoffe, jetzt habe ich nur einen Lepernarm oder einen Infiltrator. Ein Knife-Chuckle. Na gut. Secret. Jetzt bin ich gespannt, was das für Secret ist. Ein Avenge, okay. Oh weh. Das schaut sehr unangenehm aus. Das ist teuer, aber ich muss es machen. Ich bin schon auf 14. Oh weh, oh weh. Mein guter Stern. Bitte. Bleib bei mir. Mein Gegner ist auch nicht auf viele Hit-Points, aber... Es hat auch was anderes, ob man 20 oder 14 hat. Da neben mir. Hm. Er ist selbst schon auch Low mittlerweile, Consecration wäre unangenehm. Interessant. Jetzt räum der Äußer, kriegt er aber dabei vier Schaden ab, oder? Hm, Heal. Unangenehm. Ich glaube, ich muss da einfach Vollgas durch. Dann lies der Horns aber nur da. Ich hab selbst nur mehr 14 Leben. Oh weh. Ja, die Sterne macht jetzt vier. Aber es kann gut sein, dass er da jetzt irgendwas hebt, was mir nur Schaden bringt. Also ich brauche ja... Ich hab zwei Mana übrig. Nein! Nein! Den muss ich auf jeden Fall killen. Ja, ich glaube, ich geh mit. Einen kill ich noch. Und mit einem gehe ich auf einen. Sollte er jetzt irgendwie einen Hammer of Wrath haben, dann macht er, äh, Blessing of Kings wieder. Nein, ich hätte nur mehr killen sollen. Ich brauche nur was mit drei Schaden. Ich hab genug Sachen, die drei Schaden brauchen. So, ich mach auch vor was mit einem ja auch. Ja, ich hab auch einenciendo in den Geist. Okay, ich hab einen Ehlen. Also, das war doch nicht. Ich hab einen auf sieben. Du bist auf sieben. Ja, ich hab einen auf sieben. Also, ich bin auf sieben. Er ist auf sieben. Ja, ich hab einen perché... Leeroy... Leeroy! Joeser Finlay mit seinem Heal! Das war's mit meinem Stern. So. Komische volle Konzentration und Motivation. Wir müssen nicht schaffen. Hm. Hm. Unsempathisch, dieses Mirror Image. Ging leider daneben. Hätte ganz gerne in Mana, wir haben angeschossen. Ging. 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 Was auch so. Ging. 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 So, mal wieder mehr Zeit nehmen für Entzüge. Ich denk sicher nicht alles tut und das ist leider ein Problem. Ging. Das wird jede Möglichkeit durch planen. Was ist einer dazu? Ich bin der Feuerlord. Jetzt ist es nett, dass wir spielen sollen. Bitte trifft ihn rechts. Komm schon, Flameshackler. Nope. That's a nope. Aber das wird wieder nichts. Das ist alles zu wenig. Schaden muss ich darauf achten. Das muss man ein bisschen reduzieren. Den Schaden vom Gegner. Aber ich bin fürcht. Das wird nichts mehr. Sie hätten natürlich auch den Drauchen killen können. Dann hätte ich halt nichts mehr an Bord gehabt. Aber der eine macht zwei Schaden plus zwei zusätzliche. Der andere macht zwei Schaden plus an Speldamage. Das ist recht ähnlich. Das ist recht ähnlich. Mit meiner Überlebnung. Ich muss es glaube ich eh so versuchen. Der hat sonst 5 Schaden liegen. Wenn ich jetzt den 2-4er noch killen würde. Er braucht nicht viel. um ihn zu killen, es braucht halt auch nicht viel um ihn zu killen, aber jetzt habe ich zumindest die Chance, weil das Ärmel wisch, sollte mich jetzt nicht killen können. Er scheint keinen Damage Spell mehr zu haben. Interessant. Ist zu wenig. Ich hätte natürlich den wieder aufkreisen können, allerdings Eddistan nicht überlebt. Rexxar vs. Nalfurion I must protect the wild. Let the hunt begin. Arjun, horse rider, Lepono, Piozif Sargent Piozif Sargent hätte vielleicht ein wenig that upgegeben sollen. Knife jugger Schauen wir mal, womit der Gegner startet. Na ja. Machst du das mal. Ich hab's schon zum Karten ziehen. Schauen wir mal, wem er trifft. Könnt natürlich sein, dass ich jetzt einen richtigen trifft. Aber halt, dass ich so gut möchte nicht eingehen. So, Swipe. Frisch geht's oben. Wo soll ich sein? Kill Command. Immer wieder bin ich verlockt, dass ich den frühzeitig einsetze. Aber, ähm, der Kill Command ist wichtig, um an Towns vorbei zu casten. Das ist mein Huzzle. B.A.Trap. Können wir das Kill? Wahrscheinlich schon. Hält sie. Okay. Das sind 15 Schorten. So. Also jetzt wäre Groß-Tatarn natürlich immer ein Problem. Deswegen spiel ich nur ungern das Kill Command früher. Okay. Okay. Ja dann. Ah, nix hat. Ausgangs Basispunkt. Drei Karten getauscht. Oh, nix hat's! Irgendwas für Amarna könnte er da haben. Vielleicht da... ... das Secret. Dann ballern wir mal wild rein. Oh, nix hat's! Oh, nix! Oh, nix! Oh, nix! Oh, nix! Oh, nix! Oh, nix! Ich hoffe, er hat nicht auch einen Knife-Juggler. Oh, nix! Oh, nix! Oh, nix! Flames-Juggler! Enttäuscht mich nicht! Oh, nix! Oh, nix! Dann enttäuschen sie mich heute. Dann enttäuschen sie mich heute, wenn sie mich unbedingt enttäuschen wollen. Es war echt eine miese Chance, dass das passiert, dass genau das Nerubian Egg erschieß. Das ist interessant. Ich würde ganz gerne wissen, was für Secret ich kriege. Dann machen wir unser Risiko. Aber ich wüsste jetzt eigentlich nicht, wie ihr die alle pumpen sollte. Außer mit einem Competitive Spirit. Okay. Okay. Okay, ich gebe zuerst. Okay. Huuu. Trick ab. Reksa versus Uther. I will fight with honor. Let's the hunt begin. Fert mal ganz gut. Zwei Karten getauscht. Ich bin nicht gebeten. Ich bin nicht gebeten. Ich bin nicht gebeten. Kommendein secret. Okay. Ok. Hat er gerade auf mich gehackt. Sehr gut. Und dann kille ich den gleich. Oder silencen? Nein, ich glaube ich kille ihn lieber. Schauen wir mal kurz, ob da... ok. Aber wichtig, dass ich den eingetestet habe. Ok, kommt er wieder? Nein. Ok. 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 Competitive spirit comes to Zion. Ich könnte Rage herden. Also es gehen schon sehr viele Schüsse daneben. Habe ich so das Gefühl. Habe ich es hier mit Stormtrooper zu tun oder was? Jetzt wäre er ein Mensch sein. Na gut. Ich kann sogar auch sagen, oder? Ja. Ich kann doch einfach... Ich weiß, was ihr hier nicht? Nein, das geht. Ich kann nicht gut, dass ich nicht mehr gehen kann. Ich kann nicht nur, ich kann es nicht mehr gehen. Ich kann nicht mehr. Oh, oh, am I? None of your business. Don't worry, Lux, the cavalry! Get here! Toasty! 2-1er. Und wieder. Und gibt dann auch noch plus 3 plus 2. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Also das Unleash the Horns ist sehr wichtig, weil es mir Beasts für das Kill-Command gibt. Und... Na, oder? Er hat jetzt nicht nur geschaut, um ihn zu killen. Nobles, Sacrifice war das schon zweckspürt. Okidoki. Hm, jetzt haben wir gleich eine Eule behalten. Werde Eule sicher brauchen. Fire Revolves! Yep. Fire! Posture! 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 Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Shouting, wir nicht gut, ich weiß. Hmm hmm hmm. Hmm hmm hmm. Ich krieg mal einen Beweister. Okay, ich glaub das ist schon verloren. Also das Tankup ist unglaublich mächtig gegen mich. Okay, okay. Ich hoffe er hat keine Shield, glaub ich nicht. Ich glaub in sowas muss man leben, wenn man ein Hunter ist. Ich glaub seine Liebe zum Hunter sitzt sehr tief. Ist sowas von ihnen über, keine Chance. Warte mal nur auf einen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Okay. 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 Ich kann es nicht. Anleas. Schmell. Ja. Das ist so... Rexha versus Jaina You asked for it Let's the hunt begin Let's go Let's go Liebe Knife Juggler Liebe I'll show them all Knalldiener Komm schon Daneben Treffer Treffer Woooo Noch ein Secret Schauen wir mal ob es dieses ist Nein Ich glaube wir haben einen Freeze Mage Das dürfte wohl ein Eisblock sein Könnte natürlich ein Counterspell sein Aber ich glaube Also wenn er eine Eisbarriere spielt Ich glaube ich wäre sicher gehen dass die sterben Ich glaube ich wäre sicher gehen dass die sterben Da würde ich wirklich wirklich viel Schaden verschwenden Da würde ich wirklich wirklich viel Schaden verschwenden So So Jetzt muss er sich zumindest schon mal heilen weil sonst macht er das nicht mehr lange Das ist wahrscheinlich das nächste Das ist wahrscheinlich das nächste Das ist ja nicht so schlecht Es ist ja nicht so schlecht Dann starten wir mit einem Flame-Juggler. Oder mit einem Knife-Juggler. Nein, lieber mit einem Flame-Juggler. Der ist etwas robuster. Der ist eine andere Seite. Ich hab ihn gebeten. Geht in da und kämpft, Maggot! Ich hab ihn gebeten. Geht, Jagga! Yay! Er tradet sowieso gegen irgendetwas, was zwei Schaden macht. Ich mach lieber zwei Schaden auf ihn. Weile, okay. Ha! Jetzt hab ich nichts mehr, mit dem ich da zufällig Schaden drauf machen kann. Auld, ich hab ihn nicht mehr. Auld, ich hab ihn nicht mehr. Alle. ownja! Hier hat er die Geldbeine. Ich hab ihn nicht mehr, ich hab ihn nicht mehr erledigt. Schauen wir mal was da drin ist. Das muss ich fast machen. Ist so ein guter Trade. Und ich bin da eigentlich ganz klar in Führung. Also ich kann einem Leute wirklich hier die Runde Schaden reinhauen. Dr. Boom weniger? Ok. Wenn man nur einen Minion spielt, habe ich genug Schaden. Solange es getarnt ist oder kein Healer. Was ist das? 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 Bitte Einser-Drops. Ja, Lepernum. Ähm. Nein. Einmalzu. Wolf? Was ist das? Okay. Das ist interessant. Bitte auf ihn schießen. Nein, einmal auf den mit dem Divine Shield. Ja. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Ja, das ist das. Ja. Ja. Oh, ich hab da noch ein bisschen Pech. Ich mach's mal durch. Ich kann gerade so schlecht traden, also ich könnte wieder so leicht die Board-Control halten. Deswegen muss ich zumindest irgendwas killen, was da ist. Ich hab's ja schlecht gewonnen, ne? Ich hab's ja schlecht gewonnen, ne? Ich hab's ja schlecht gewonnen, ne? Put this apple on your head! Mein Mousselin. Mhm. Und möglichst viel Schaden auf ihn kriegen. Anleashter haben wir uns. Schon mal interessant. Ich hab' jetzt mein Äußer-Fan drauf. Ich möchte dann wirklich ihn bedrohen. Also... Ich möchte ihn wirklich bedrohen. Das Problem ist jetzt wieder wahrscheinlich unverwundbar. Okay. Mousselin hier machen. Mousselin hier machen. Mousselin hier machen. Mousselin hier machen. Er hat 6 Schaden liegen. Das Risiko gehe ich ein. Die Überlebte ist maximal A-Runde. Also wenn ich nächste Runde nicht kill, dann hab ich sowieso verloren. Er hat nur irgendeinen Schaden in der Hand. Das ist wohl fein. Hm. Das hätte da Mel Genis sein können. Er wäre aber ziemlich gleich geblieben. Obgesehen davon, dass wir nur einen Schaden in der Hand gehabt hätten. Ja. 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 Die Hunde beginnt. Geh in da, fight! Also das Deck sollte eigentlich stark knurksam sein, also soweit dürfte es einfach nur an meinen Fähigkeiten liegen. Was ist dieser Freeze, mage? Möchte ihm ein bissel extra Shorten machen. Gut, Eule. Für mich zumindest, dass er draufballert und dass er Mana verbrennt. Lass man jetzt den Ahnen drauf mit. Es gibt leider ein paar Minions, die sind wirklich, wirklich ungut gegen mich. Der Framework ist an davon. Weil ich fast nur Minions habe, die ja dann ohne Aufwand einfach zerstören können. Musik 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 Also mit einem RNG wird zur Zeit kein Glück, nichts überlebt oder irgendwas. Da stand ich wieder mal kurz vor RNG 4. Da stand ich wieder mal kurz vor. 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 Also wenn ich morgen früh immer nur auf RNG 5 bin, dann habe ich glaube ich mein Skill-Niveau gefunden. Da stand ich wieder mal kurz vor. Jetzt ist es in der Minimum so toll. Na ja, probieren wir es nicht mehr. Dann muss ich ein Versuch. Komm schon. Da stand ich wieder mal kurz vor. Dann sind wir wieder mal kurz vor. Dann sind wir wieder mal kurz vor. Oh, wow. Ich trau mir den zu juggeln, ich triff mir sicher den. Raiden wird sie da nicht auszahlen. Ich trau mir den. Ich trau mir den. Schau mal, wie viel Rockbite da in der Huntout. Ich trau mir den. Ich trau mir den.